Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Im Namen Allahs, des Al-Abarmas, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir wieder einmal zusammen sind. Ich möchte euch heute die Geschichte eines ganz besonderen Menschen berichten. Ein Mensch, der diese Welt durch sein Leben verändert hat. Jemand, der viele großartige Dinge vollbracht hat und eine Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit war und immer noch ist. Eine Person, die von den guten Seelen geliebt und von den üblen Seelen gehasst wird. Denn sie brachte das Licht in eine Welt zurück, die in der Dunkelheit zu ertrinken drohte und heilte die Herzen mit der Erlaubnis Allahs. Die Geschichte dieses Menschen ist voller Wunder und Abenteuer, denn es ist eben die Geschichte eines echten Helden. Wisst ihr, seit der Erschaffung von Adam, dem ersten Menschen, hat es auf der Erde viele Männer und Frauen gegeben, die für das Gute eingetreten sind. Sie waren standhaft gegen alles Üble, gegen jede Unterdrückung und jedes Unrecht. Sie haben die Menschen gut behandelt und hatten gute Charaktereigenschaften. Sie haben stets tapfer gegen das Böse gekämpft und an Allah, ihren Herrn, haben sie fest geglaubt. Und ihm alleine waren sie treu ergeben. Und von diesen großartigen Menschen hat Allah die Besten auserwählt und hat sie zu Propheten gemacht. Dann schickte er sie zu ihren Völkern, um sie zu lehren, was das Gute und was das Schlechte ist. Er schickte sie als Vorbilder für die Menschen, um ihnen zu zeigen, wie sie friedlich miteinander und im Gehorsam zu Allah leben können. Und er schickte sie zu den Menschen, um ihnen zu zeigen, wie sie Allah, ihren Herrn, anbeten können. Von diesen großartigen Propheten erwählte Allah sich fünf an der Zahl, die er besonders ehrte. Diese fünf hatten einen besonderen Charakter und eine besonders starke Gottesliebe. Sie waren die vornehmsten Menschen bei Allah und die besten Vorbilder für die gesamte Menschheit. Der erste von ihnen hieß Nuh. Danach kam Ibrahim. Dann erschien Musa und anschließend Isa. Möge Allahs Frieden und Segen mit ihnen allen sein. Den fünften jedoch erhob Allah zu einem besonderen Rang und machte ihn zum Führer, zum Imam aller Propheten. Dieser Mensch wurde von Allah mehr geehrt als alle anderen Geschöpfe. Ein Mensch, der so fantastische Eigenschaften besaß, dass er von Allah selbst auserwählt wurde, um die bedeutendste und zugleich schwierigste Aufgabe zu übernehmen, die jemals ein Mensch zu bewältigen hatte. Eine Aufgabe, die all seine Kräfte aufzehren und ihm mehr abverlangen würde, als je ein Mensch zu leisten vermochte. Denn er bekam die Aufgabe, der gesamten Menschheit den wahren Glauben an Allah zu lehren und ihnen allesamt den Weg ins Paradies zu weisen. Und unter allen vortrefflichen Menschen konnte es nur einen geben, der in der Lage war, diese gewaltige Bürde zu tragen. Es war der Edelste, der fünf großartigsten Propheten, der Auserwählte. Sein Name war Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allahs Segen und Frieden auf ihm sein. Doch bevor ich inshallah gleich damit beginne, euch seine Geschichte zu erzählen, möchte ich euch noch berichten, warum es für uns wichtig ist, seine Geschichte zu kennen. Wisst ihr, diese Geschichte ist kein Märchen, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Nein, diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Und es ist eine Geschichte, aus der wir sehr viel lernen können. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, hat uns seinen Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, als ein Vorbild gesandt. Ein Vorbild, dem es sich lohnt, nachzueifern. Denn er war der Beste aller Menschen. Und je mehr wir ihm nacheifern, desto bessere Menschen werden wir selbst. Möge Allahs Segen und Frieden mit diesem edlen Gesandten sein. Amin. Unsere Geschichte beginnt jedoch schon viele Jahrhunderte vor der Geburt des Propheten. Wir befinden uns irgendwo in einer Wüste, mitten in der arabischen Halbinsel. Die Sonne brennt erbarmungslos in einem wolkenlosen Himmel, der so hell erleuchtet ist, dass er schon mehr weiß als blau erscheint. Weit und breit ist nichts zu sehen, außer Sand und Stein. Kein Baum, kein Strauch, nicht das kleinste Gewächs ist zu sehen und erst recht keine Menschenseele. Wer sollte sich auch in eine so karge, unwirtliche Gegend verirren? Und warum? Obwohl, wenn man genau in Richtung Norden schaut, erkennt man zwei kleine Punkte am Horizont. Ist dies nur eine Fata Morgana? Oder zieht dort tatsächlich jemand seines Weges? Nein, tatsächlich. Die kleinen Punkte kommen näher. Und ich glaube, es sind zwei Personen. Ja, wirklich. Jetzt erkennt man sie genau. Da kommt ein alter, weißhaariger Mann mit einem langen weißen Bart und eine Frau. Ja, und ich glaube, da ist noch jemand. Ja, richtig. Die Frau trägt ein kleines Kind auf dem Arm. Was hat diese drei bloß hierher verschlagen? Ob sie sich verirrt haben? Nun bleiben sie auf einmal stehen. Der Mann schaut sich die Frau und das kleine Kind lange an. Jetzt dreht er sich um und geht in die gleiche Richtung, aus der er doch eben erst gekommen war. Verwirrt schaut ihm die Frau nach und ruft, O Ibrahim, wohin gehst du? Lässt du mich mit deinem Sohn hier alleine, unter der heißen Sonne? Wieso tust du dies? Scheinbar unbeeindruckt läuft der Mann weiter und schaut sich nicht um. Die Frau hält für einen Augenblick inne und ruft nach kurzer Überlegung, O Ibrahim, hat Allah dir dies befohlen? Der Mann nickt mit dem Kopf, ohne sich umzudrehen und geht weiter seines Weges. Die Gesichtszüge der Frau entspannen sich langsam. Nun, da sie weiß, dass es sich um Allahs Fügung handelt, ist sie beruhigt, denn sie ist eine tugendhafte, gläubige Frau, die auf Allah, ihren Herrn, vertraut. Ihr Name ist Hajar und der kleine Knabe auf ihrem Arm heißt Ismail, Sohn des gewaltigen Propheten Ibrahim. Möge Allahs Frieden auf ihnen allen sein. Es gehörte wohl zum Schicksal Ibrahims, in seinem Leben immer wieder schwer von Allah geprüft zu werden. Dies war jedoch keine Strafe von Allah, im Gegenteil. Denn dadurch, dass Ibrahim immer wieder all die schwierigen Prüfungen bestand, stieg er in der Gunst Allahs bis in die höchsten Rangstufen auf und war ihm sehr nah. Dies brachte Ibrahim den Titel Khalilullah ein, was übersetzt so viel bedeutet wie der innigste Freund Allahs. Und es gehört eben zur Weisheit Allahs, dass er denen seiner Diener, die er besonders liebt, auch die schwersten Aufgaben stellt, um sie für die Lösung dieser Aufgaben dann auch besonders großzügig zu belohnen. Und diesmal prüfte Allah ihn auf eine besondere Art und Weise, denn nachdem Ibrahim nun schon ein alter Mann geworden war, hat Allah ihm endlich sein Bittgebet erfüllt und ihm zusammen mit seiner Magd Hajar einen Sohn geschenkt. Sie nannten das Kind Ismail und liebten es auf besondere Art und Weise. Ibrahim war wirklich sehr glücklich über seinen Sohn. Doch eines Nachts kam der Engel Jibril zu Ibrahim. Er kam, um den Befehl Allahs zu übermitteln. Geh mit Hajar und Ismail hinab nach Süden in die Wüsten Arabiens. Dann lasse die beiden in dem Heiligen Tal zurück. Gehe und wende dich nicht um. Jibril, der gewaltige Engel Allahs, wandte sich ab und verließ Ibrahim wieder. Für einen Moment wurde ihm bang ums Herz. Meinen geliebten Sohn in einer Wüste zurücklassen. Doch im nächsten Augenblick fasste er sich, denn er vertraute auf Allah, seinen Herrn und wusste sicher, dass er ihm keinen Schaden zufügen würde. Allahs Befehl musste unter allen Umständen ausgeführt werden. Koste es, was es wolle. Sogleich fand sein Herz wieder Ruhe im Gedenken an Allah, den er mehr liebte als alles andere. Und so kamen sie also in dieses Wüstental, in dem es weder Wasser noch Früchte gab. Nachdem Ibrahim sich in Richtung Norden davonmachte, bat er Allah, seine Familie zu versorgen. Hajar blieb mit Ismail zurück. Sie saßen zunächst eine Weile und ruhten sich von den Strapazen der Reise aus. Hajar wusste, dass ihre Vorräte nicht allzu lange reichen würden. Doch sie wusste auch, dass Allah sie sicher nicht im Stich lassen würde. Als ihr Proviant nun verbraucht, die letzte Dattel gegessen, der letzte Tropfen Wasser getrunken war, wurde Hajar allmählich beunruhigt. Der kleine Ismail hatte bereits großen Durst und fing schon an zu weinen. Wo sollte sie bloß Wasser finden in dieser Wüste? Nicht weit von ihnen entfernt gab's zwei Hügel. Der eine, nähergelegene von beiden, bekam später den Namen Sofa. Der andere, weiter entfernte Hügel, wurde später Marua genannt. Vielleicht könnte man von den Hügeln aus in die Ferne schauen und möglicherweise eine Karawane entdecken, von der sie etwas Wasser bekommen könnten. Hajar lief zum Hügel Sofa, stieg hinauf und blickte umher. Weit und breit nichts als Stein und Sand. Sie lief von Sofa hinab in Richtung Marua. Doch auch vom Hügel Marua aus konnte sie nichts entdecken. Wieder lief sie zurück und während sie zwischen den beiden Hügeln hin und her lief und Ismail weinen hörte, fühlte sie allmählich Verzweiflung in sich aufsteigen. Sie betete zu Allah, ihnen zu helfen und sie aus ihrer Not zu befreien. Ein viertes Mal erreichte sie den Hügel Marua und schaute sich abermals um. Immer noch nichts. Oh Allah, hilf uns, flehte sie und blickte zu ihrem Sohn und erschrak. Was war denn das? Direkt neben Ismail sah sie eine ungewöhnliche Gestalt. Eine Gestalt, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Dies war sicher kein Mensch. Nein, es musste ein Engel sein. War dieser von Allah gekommen, um uns zu retten? Hoffnung keimte in ihr auf und sie lief auf die beiden zu. Als sie näher kam, war sie sich sicher, dass dies nur ein Engel sein konnte. So wunderbar war seine Ausstrahlung und so beruhigend. Das Wesen stampfte mit dem Fuß auf den Boden und verschwand anschließend auf die gleiche geheimnisvolle Art und Weise, wie es gekommen war. Hajar hatte recht gehabt, denn dieses Wesen war tatsächlich nichts anderes als ein gewaltiger Engel. Sie blickte auf die Stelle am Boden, die der Engel mit seinem Fuß berührte und traute ihren Augen nicht. Der Sand färbte sich allmählich dunkel. Hier und da glitzerte er im Sonnenlicht, als hätte er sich mit kleinen Glassplittern vermischt. Aber dies waren keine Glassplitter. Nein, es waren Subhanallah, es waren kleine Wassertröpfchen. Erst wenige, dann immer mehr, bis sich schon eine kleine Pfütze bildete. Und mit einem Male schoss das Wasser regelrecht aus dem Boden. Mehr und immer mehr. Hajar konnte ihr Glück gar nicht fassen. Immer wieder sagte sie Alhamdulillah Alhamdulillah Danke, oh Allah, dass du uns zu trinken gegeben hast. Danke. Sie begann eine kleine Barriere aus Sand um die Quelle herum aufzuschichten, aus Angst, das Wasser könnte sich in der weiten Ebene verlieren und ungenutzt versickern. Während sie dies tat, sagte sie immer wieder Summi, Summi, was so viel heißt wie Sammel dich, Sammel dich. Deswegen wird die Quelle bis heute noch Samsam genannt. Hajar gab ihrem kleinen Sohn zu trinken, bis dieser keinen Durst mehr verspürte und trank anschließend selbst von dem köstlichen Wasser. Allah hatte sie nicht im Stich gelassen, denn sie war eine gläubige, rechtschaffene Frau, die sich stets Allah zuwandte, in guten wie in schlechten Zeiten. Nach einer Weile hatten die Vögel der Umgebung die neue Quelle wahrgenommen und kreisten nun am Himmel darüber. Nicht allzu weit entfernt zog gerade eine Karawane der Djurhum ihres Weges. Die Djurhum sahen die Vögel aus der Ferne am Himmel kreisen und wunderten sich. Was machen diese Vögel über diesem unfruchtbaren Tal, in dem es doch keinen Tropfen Wasser gibt? Hier schien etwas nicht zu stimmen. Kurzerhand schickten sie zwei Kundschafter in das Tal, um nachzuschauen, was dort vor sich ging. Als die beiden dort ankamen, trauten sie ihren Augen nicht. Da saß tatsächlich eine Frau mit einem kleinen Kind und gleich neben ihnen sprudelte frisches Wasser aus der Erde, welches in der Sonne nur so funkelte. Damit hatten sie nun überhaupt nicht gerechnet. Schleunigst kehrten sie zu ihren Leuten zurück und erstatteten Bericht. Das Erstaunen war groß und so sammelten sich einige Männer des Stammes, um sich die ganze Sache aus der Nähe anzuschauen. Dort angekommen, trafen sie wie angekündigt auf Hajar und ihren Sohn Ismail. Erstaunt fragten sie, woher sie denn käme und wie sie diese Quelle gefunden habe. Da erzählte Hajar ihnen ihre Geschichte und die Männer hörten verblüfft zu. Als sie endete, fragten die Männer höflich, ob sie sich ebenfalls in diesem Tal bei der Quelle niederlassen dürften. Schließlich war das lebenswichtige Trinkwasser in der Wüste nur schwer zu finden. Hajar willigte ein und so siedelten sich die Jodohum in dem Tal an. Bald sprach sich die neue Quelle in der Gegend herum und es kamen und zu rasten. Sie brachten ihnen alles mit, was sie ansonsten an Kleidung und Nahrung zum Leben brauchten, aber eben im Tal nicht finden konnten. Mit der Zeit ließen sich immer mehr Angehörige der Jodohum dort nieder. Dies war die Geburtsstunde der gesegneten Stadt Makkah. Allah hatte das Bittgebet Ibrahims erhört, welcher Allah für seine Familie gebeten hatte, als er sprach, so mache ihnen die Herzen der Menschen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Nach einiger Zeit kehrte Ibrahim in das Tal zurück und staunte voller Freude über die große Gesellschaft, die sich in seiner Abwesenheit dort zusammengefunden hatte. Glücklich schloss er seine Angehörigen in die Arme und dankte Allah, dass er ihn erhört hatte. So wuchs Ismail im Stamme Jurhums heran und verbrachte seine Kindheit. Immer wieder kehrte Ibrahim für eine Weile nach Makkah zurück, um ihn und seine Mutter Hajar zu besuchen. Doch wie Allah es wollte, verstarb Hajar eines Tages und so lebte Ismail fortan alleine, ohne seine Mutter unter dem Stamme der Jurhum. Als er alt genug war, heiratete er und hatte nun seine eigene kleine Familie gegründet. Eines Tages kam sein Vater Ibrahim ihn wieder einmal besuchen. Dieses Mal aber hatte Ibrahim aufregende Neuigkeiten zu berichten, denn in der Zwischenzeit war ihm der Engel Jibril erschienen und gab ihm einen besonderen Auftrag von Allah. Er sollte zusammen mit seinem Sohn Ismail das geehrte Haus Allahs, die Kaaba bauen. Der Engel teilte ihm auch mit, dass sie das Fundament der Kaaba wenige Meter vom Samsambrunnen entfernt finden würden und dass sie das Haus auf diesem Fundament hochziehen sollten. Begeistert und voller Taten dran machten sich Vater und Sohn an die Arbeit. Schon bald hatten sie das Haus vollendet. Es war ein prachtvoller Anblick. Demütig baten sie Allah die geleistete Arbeit von ihnen anzunehmen. Ibrahim hatte seinem Herrn wieder einmal auf die beste Art und Weise gehorcht und genauso gehorchte auch sein Sohn Ismail. Sie beide gehörten nämlich zu den auserwählten Dienern Allahs. Nachdem die Kaaba nun also fertiggestellt war, kam der Engel Jibril erneut zu Ibrahim, um ihm einen weiteren Auftrag Allahs zu überbringen. Allah befahl ihm nämlich, die Menschen nun zur Pilgerfahrt zu rufen, damit sie die Kaaba umschreiten und dabei eifrig an Allah denken und ihm für seine Gnaden danken mögen. Und so kamen den einen einzigen wahren Gott. Bevor Ibrahim Makka wieder verließ, um nach Palästina zurückzukehren, vertraute er die Kaaba seinem Sohn Ismail an. Fortan lehrte Ismail den Menschen die Pilger rieten, so wie er es von seinem Vater und dieser von Allah gelernt hatte. Später übergab Ismail die Kaaba in die Obhut seiner Nachkommen und so kamen und gingen die Generationen nach ihm und viele Menschen besuchten das Haus Allahs. Doch im Laufe der Zeit vergaßen die Menschen die Religion Ibrahims und den Grund für die Erbauung der Kaaba. Sie begannen wieder, ihren alten Aberglauben zu praktizieren und errichteten um die Kaaba herum Götzenfiguren, falsche Götter, die sie neben Allah, dem einzigen wahren Gott, anbeteten. Es die Allah alleine dienten, wie Ibrahim und sein Sohn Ismail es einst gelehrt hatten. Doch dies sollte sich ändern, denn es war an der Zeit, dass Allah einen neuen Propheten entsandte, um die Menschen das Gute zu lehren und sie an das zu erinnern, was sie vergessen hatten. Und dieser Prophet war ein direkter Nachkomme Ismaails. Nach dem Tode Ismaails verloren die Djurhum eines Tages die Herrschaft über Makkah an die Chuzah, einen anderen Stamm. Bevor sie aber die Stadt verließen, nahmen sie die Schätze der Kaaba, schmissen sie in den Samsambrunnen und schütteten diesen anschließend mit Sand zu, bis dieser nicht mehr zu sehen war. Wenn sie die Stadt schon aufgeben mussten, dann sollte wenigstens kein anderer von den Schätzen der Kaaba und dem Samsam-Wasser profitieren. Und so blieb die Samsam-Quelle verschollen und geriet in Vergessenheit. Die Jahrhunderte vergingen und immer wieder wechselte die Herrschaft über die Stadt, bis sie eines Tages von den Quraysh bevölkert und regiert wurde. Im 5. Jahrhundert hieß der Herrscher über Makkah Husay ibn Kilab. Dieser war ein direkter Nachkomme Ismaels. Unter seiner Herrschaft lebten die Bewohner von Makkah in Zufriedenheit. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden dort richtige Häuser gebaut, denn bisher lebten die Menschen noch in Zelten. Husay ließ auch eine Art Rathaus bauen, in dem über alle wichtigen Angelegenheiten beraten wurde. Und zu den wichtigsten Angelegenheiten der Stadt Makkah gehörte die Verwaltung der Kaaba. Da gab es gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen. Die wichtigste Aufgabe war die Versorgung der Pilger mit Wasser, was gar nicht so einfach war, denn der Samsambrunnen war ja verschüttet und keiner wusste, an welcher Stelle er sich befand und wo man hätte graben müssen. Also musste das Wasser von weit entfernten Orten her geschafft werden. Auch mussten die Pilger mit Essen versorgt werden. Zu diesem Zweck verpflichtete Husaydi Quraysh, diese Aufgabe gemeinsam mit ihm zu bewältigen. Nach dem Tode Husays wurden diese Ämter alle an seine Söhne übertragen und später übernahm sie Abdelmuttalib sein Urenkel. Abdelmuttalib war ein hübscher kräftiger Mann. Er hatte ein freundliches Wesen und war ausgesprochen großzügig. Sein Sohn Harith half ihm bei der Beschaffung des Trinkwassers und arbeitete sehr sehr hart. Es schmerzte Abdelmuttalib zu sehen, wie sehr sich sein Sohn abmühte. Ach wäre doch der Samsam Brunnen nicht verloren gegangen, Abdelmuttalib dachte immer häufiger an die verlorene Quelle aus alter Zeit. Wenn man diese nur wiederfinden könnte. Mit ihrer Hilfe wäre es viel leichter die Pilger zu tränken. Eines Nachts träumte Abdelmuttalib von einer Stimme, die ihn aufforderte, nach dem Samsam Brunnen zu graben. In den beiden nächsten Nächten hatte er den gleichen Traum. Grabe nach Samsam sprach die Stimme. In der vierten Nacht fragte Abdelmuttalib Und wo finde ich Samsam? Da beschrieb ihm die Stimme die genaue Lage des Brunnens. Am nächsten Morgen stand er mit seinem Sohn Harith nicht weit von der Kaaba entfernt, genau zwischen zwei Götzenfiguren und grub ein großes Loch in die Erde. Als die Quraysh dies sahen, waren sie empört. Wie konnten die beiden es wagen, genau zwischen ihren Götzen ein Loch zu graben? Noch dazu an der Stelle, an der sie ihnen für gewöhnlich ihre Opfer darbrachten. Sofort eilten sie heran und stellten Abdelmuttalib zur Rede. Oh Abdelmuttalib was fällt dir ein an dieser Stelle ein Loch zu graben? Hast du keinen Respekt vor unseren Göttern? Abdelmuttalib aber kümmerte sich nicht um ihre falschen wertlosen Götzen. Fest entschlossen verkündete er Ich grabe nach Samsam. Daraufhin versuchten die Quraysh ihn an seiner Arbeit zu hindern. Doch seinem Sohn Harith gelang es ihn vor den Händen der Quraysh zu beschützen. Plötzlich stieß Abdelmuttalib auf etwas Hartes. Er grub schneller und nach einigen Schaufelheben wurde ein großer Ring aus Steinen sichtbar. Der Brunnen! Er hatte den Samsam Brunnen wieder ausgegraben. Dieses Ereignis sorgte für ein großes Aufsehen unter dem Quraysh. So gleich beanspruchten sie einen Anteil an dem Brunnen. Doch Abdelmuttalib ließ sich auf keine Diskussion ein. Schließlich lag die Tränkung der Pilger in seiner Verantwortung und zu diesem Zweck wollte er die Quelle verwenden. So arbeitete er weiter daran, den Brunnen so weit auszugraben, bis er sein Wasser wieder freigeben würde. Er grub und grub. Doch bevor er auf das Wasser stieß, fand er noch etwas ganz anderes. Auf dem Grund des Brunnens stieß er auf einige Gegenstände, die ganz und gar mit Staub bedeckt waren. Dort lagen Gefäße, Schwerter, Rüstungen und Figuren. Abdull Muttalib strich mit seiner Hand darüber. Was er unter der dicken Staubschicht entdeckte, war nichts anderes als pures Gold. Für einen Moment stand Abdull Muttalib wie angewurzelt da. Gold schoss es ihm durch den Kopf. Dies musste der Schatz der Kaaba sein, von dem er schon früher einmal gehört hatte. Und genau so war es auch. Abdull Muttalib hatte gleich zwei Schätze auf einmal entdeckt. Als erstes das kostbare Samsamwasser und dann noch den Schatz der Kaaba und beides verwendete er auf die beste Art und Weise. Der Samsambrunnen half seinem Sohn Harith nämlich fortan bei der Tränkung der Pilger und stellte eine große Erleichterung dar. Nicht mehr länger musste das Wasser von so weit her gebracht werden, da sich der Samsambrunnen ja direkt bei der Kaaba befand. Auch den Goldschatz verwendete Abdull Muttalib für einen guten Zweck. Aus einem Teil von ihm ließ er eine neue goldene Tür für die Kaaba schmieden. So kehrte der Schatz an seinen Ursprungsort zurück. Abdull Muttalib bekam hiernach noch viele Söhne, die ihn bei der Durchführung seiner Ämter tatkräftig unterstützten. Der Jüngste von ihnen hieß Abdullah und war ihm besonders ans Herz gewachsen. Als Abdullah alt genug und ein hübscher junger Mann geworden war, heiratete er eine der edelsten jungen Frauen unter dem Quraysh. Ihr Name war Amina. Es dauerte nicht lange, da erwarteten sie zusammen ein Kind. Und während das Kind im Bauch seiner Mutter Amina heranwuchs, mehrten sich dafür, dass es sich hier um ein ganz besonderes Menschenwesen handeln würde. Aber dazu werden wir später noch kommen. Im gleichen Jahr, in dem Amina auf die Geburt ihres Kindes wartete, kam es in Makkah zu einem großen Ereignis. Wie ihr ja bereits schon wisst, war Makkah schon vor der Geburt des Propheten die wichtigste Pilgerstätte in ganz Arabien. Von überall her kamen die Menschen, um die Kaaba zu besuchen. Die Quraysh freuten sich natürlich sehr über die Beliebtheit ihrer Stadt und auch über die vielen Besucher, die so viele wertvolle Gaben und Geschenke mit sich brachten. Schließlich betrachten die nicht schlecht. Aber nicht jeder freute sich über die Beliebtheit Makkahs, denn es gab auch einige Neider, welche den Quraysh ihr Glück nicht gegönnt haben. Unter diesen Neidern war ein Mann namens Abraha. Abraha war ein Stadthalter des abessinischen Königs und hielt das südlich gelegene Jemm besetzt. Er betrachtete das rege Treiben in Makkah mit neidischen Augen und wünschte innenständig diesem ein Ende setzen zu können. Eines Tages kam er auf folgende Idee. Wie wäre es, wenn ich hier im Jemen eine so großartige Kirche erbauen ließe, dass sich am Ende keiner mehr für die Kaaba interessiert und die Menschen in Zukunft meine Kirche anstatt die Kaaba besuchen kommen. Schon wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Abraha viele Arbeiter und ließ das teuerste und edelste Baumaterial heranschaffen. Unbarmherzig trieb er die Arbeiten voran, bis die Kirche fertiggestellt war. Voller Erwartung blickte er der kommenden Pilgerzeit entgegen und stellte sich schon auf einen großen Andrang ein. Doch als nun die Pilgerzeit eintraf, musste er mit ansehen, wie die großen beladenen Karawanen aus dem Süden an seiner Kirche Niemand interessierte sich für den neuen Bau. Vielmehr hielten die Araber der Karba die Treue und gingen wie gewohnt nach Makka. Abraha platzte beinahe vor Wut und Eifersucht. Er verfluchte die Karba und schwor sich, nicht eher zu ruhen, bis er diese zerstört hatte. Kurzerhand stellte er ein großes Heer auf und zog mit dem Heer in Richtung Makka. Befanden gestellt. Dieser sollte genug Kraft haben, die Karba einzureißen und zu zerstören. Nach einem langen Marsch durch die Wüste erreichten sie schließlich den heiligen Bezirk von Makka. Um die Stadt herum weideten die Kuraysh ihre Vieherden. Abraha erbeutete sie allesamt und nahm sie einfach an sich. Unter den Tieren befand sich auch eine große Herde Kamele, die Abdelmuttalib gehörten. Es waren an die 200 Tiere. Als Abdelmuttalib davon erfuhr, dass Abraha seine Kamele geraubt hatte, ging er mit einem seiner Söhne zu Abraha, welcher mit seiner Armee immer noch vor der Stadt lagerte. Abraha war beeindruckt von der Erscheinung Abdelmuttalibs und deshalb auch einverstanden mit ihm zu verhandeln. Doch Abdelmuttalib forderte lediglich seine 200 Kamele zurück, die Abraha ihm gestohlen hatte. Abraha war schockiert. O Abdelmuttalib, ich bin gekommen, um die Kaaba zu zerstören und du denkst nur an deine Kamele? Ganz ruhig antwortete Abdelmuttalib, ich bin der Hüter meiner Kamele. Die Kaaba, das Haus Allahs, hat ihren eigenen Hüter, der sie beschützen wird. Niemand wird die Kaaba gegen mich und meine Armee beschützen können, rief Abraha ihm zu. Es wird sich schon zeigen, was zwischen dir und dem Herrn der Kaaba passieren wird, entgegnete Abdelmuttalib ruhig und verließ würdevoll das Lager, in dem er seine Kamele mit sich nach Mekka zurückführte. Abraha war verunsichert, Irgendwie hatte ihm die Begegnung mit Abdelmuttalib Angst gemacht. Doch er ließ sich nichts anmerken, sondern sammelte vielmehr sein Heer zusammen und versetzte es kurzerhand in Kampfbereitschaft. Abdelmuttalib wusste, dass die Quraysh nicht in der Lage wären, sich gegen Abraha und sein Heer zu verteidigen. Als er in die Stadt zurückkam, rief er die Bewohner Mekkas zusammen und gab ihnen den Rat, sich hoch in die Berge zurückzuziehen. Anschließend ging er mit seinen Familienangehörigen zur Kaaba und betete zu Allah, die Kaaba zu beschützen. Danach gingen sie ebenfalls in die Berge und schauten von oben herab zu, was sich im Tal ereignete. Als sich das Heer nun aufgestellt hatte, kam Abraha aus seinem Zelt heraus, um den großen Elefanten zu besteigen und mit ihm zusammen das Heer anzuführen. Doch was passierte nun? Mit einem Male sank der Elefant auf seine Knie und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Die Soldaten waren darüber höchst erstaunt. Nie zuvor haben sie einen Elefanten knien sehen. Sogleich versuchten sie den Elefanten dazu zu bewegen aufzustehen, doch all ihre Bemühungen schlugen fehl. Als Abraha dies sah, überkam ihn ein ungutes Gefühl und er musste an die dunklen Andeutungen Abdelmuttalibs denken. Doch anstatt von seinem Vorhaben abzulassen, befahl er den Männern, den Elefanten zu zwingen, sich in Bewegung zu setzen. Da begannen sie den Elefanten zu schlagen, um mit Lanzen zu stechen, bis dieser vor Schmerzen schrie. Doch trotz aller Bemühungen blieb dieser auf seinem Platz sitzen. Plötzlich jedoch erhob sich der Elefant, drehte sich um in Richtung Jemen und lief einfach davon. Sogleich rannten die Männer hinter ihm her, bis sie ihn eingeholt hatten. Doch so sehr sie sich auch bemühten, sie schafften es nicht, ihn auch nur einen Schritt in Richtung Makka zu bewegen. Abraha dachte nach, wie er den Elefanten dazu bringen könnte, mit ihm nach Makka zu marschieren. Während er noch nachdachte, geschah plötzlich etwas Seltsames. Der Himmel schien sich zu verdunkeln und es sah aus, als bewegte sich eine große dunkle Wolke auf sie zu. Als die Wolke näher kam, konnte man erkennen, dass es eben keine Wolke, sondern ein gewaltiger Schwarm Vögel war, die allesamt ganz dicht beieinander flogen. Die Vögel kreisten eine Weile über Abraha und seinen Männern, welche staunend die Köpfe in Richtung Himmel reckten. Mit einem Male fielen kleine Steine aus Ton auf die Männer herab, die sie mit ungeheurer Wucht trafen. Schon fielen die ersten von ihnen auf die Erde nieder und starben jämmerlich. Die jenigen aber, die noch nicht zu schwer getroffen waren, versuchten sogleich Schwer verletzt und voller Angst machten sie ihren Weg zurück durch die Wüste in den Jemen. Viele von ihnen erlagen unterwegs ihren Verletzungen, so dass nur eine kleine Schar von Männern wieder im Jemen ankam, unter ihnen auch Abraha. Doch es dauerte nicht lange, bis auch diese ein qualvoller Tod ereilte. Nur wenige Männer der ursprünglichen Armee überlebten die Katastrophe, so dass sie den Menschen später davon berichten konnten. Auch der wunderbare Elefant, der sich dem Schurken Abraha widersetzt hatte, blieb verschont. So waren sie in ihrer Feindseligkeit und ihrem Stolz gedemütigt und zurückgeschlagen worden. Allah, der Herrscher über Himmel und Erde, hatte sein Haus verteidigt und er verfügt über die stärksten Armeen. Abraha war noch nicht einmal in die Nähe der Kaaba gekommen, Sein Plan war gescheitert und er hatte seine Boshaftigkeit mit seinem Leben bezahlen müssen. Die Quraysh hatten das ganze Schauspiel von den Bergen aus beobachtet. Sie jubelten, als sie sahen, wie die Feinde in die Flucht geschlagen wurden. Erleichtert stiegen sie von den Bergen hinab und kehrten in die Stadt zurück. So gleich machten sie sich daran, die Beute einzusammeln, welche das Herr Abrahas bei seiner Flucht hinter sich gelassen hatte. Alle waren guter Stimmung und überglücklich. Schnell verbreitete sich die Geschichte von Abrah und seinem Heer in ganz Arabien, was die besondere Stellung der Quraysh noch bekräftigte. So schnell würde sich wohl keiner mehr wagen, sie anzugreifen. Das Jahr 570 ging in die arabische Geschichte ein und wurde fortan nur noch das Jahr des Elefanten genannt. Doch im gleichen Jahr geschah noch etwas viel Bedeutsameres, was später noch die ganze Welt bewegen sollte. Nicht lange nach dem Ereignis mit dem Elefanten wurde in Makkah ein kleiner Knabe geboren. Seine Mutter hieß Amina und sein Vater Abdullah und der Name des Kindes war Mohammed bevor Mohammed zur Welt kam ging sein Vater Abdullah auf eine Handelsreise nach Palästina und Syrien. Auf dem Rückweg kam er nach Medina wo er schwer erkrankte und dann starb. Ganz Makkah trauerte um Abdullah Am schwersten traf die Nachricht von seinem Tod aber seine Frau Amina die furchtbar traurig war. Nun war ihr Kind schon zur Halbweise geworden noch bevor es überhaupt zur Welt kam. Der Gedanke an ihr kleines Baby war ihr einziger Trost. Sehnsüchtig wartete sie auf den Tag der Geburt. Eines Tages erlebte sie etwas Sonderbares. Sie hörte eine Stimme die folgendes sagte Du hast den Führer dieses Volkes empfangen so gib ihn in die Obhut des einzigen Gottes vor dem Übel eines jeden Neiders und gib ihm den Namen Muhammad der Gepriesene. Nun kam endlich der Tag der Geburt und Amina brachte durch die Gnade Allahs einen gesunden Knaben zur Welt. Wie die Stimme sie aufgefordert hatte nannte sie ihn Muhammad und dieser Name wurde keinem Menschen zuvor gegeben. Die Freude war unbeschreiblich groß. Gleich nach der Geburt schickte Amina einen Boten zu Abdul Muttalib dem Großvater des Kindes und ließ ihm von der Geburt Muhammads berichten. So gleich eilte er zu seiner Schwiegertochter Amina um das Kind zu betrachten. Freudig schloss er es in seine Arme und trug es zur Kaaba wo er für das Kind betete. Muhammad verbrachte seine ersten Tage und es dauerte nicht lange da begannen Amina und Abdul Muttalib sich Sorgen zu machen der kleine Junge könnte an einer Krankheit sterben denn immer häufiger gab es in Makkah Epidemien ansteckende Krankheiten die sich ausbreiteten dies war kein Wunder denn schließlich kamen so viele Menschen nach Makkah und brachten nicht nur Handelswaren sondern auch die unterschiedlichsten Krankheiten mit sich die sie an die Makkahner weiter gaben daher starben viele Kinder schon wenige Tage nach der Geburt deshalb war Amina einverstanden ihren kleinen Sohn für eine Weile zu den Beduinen außerhalb Makkahs zu geben dies hatte viele Vorteile denn dort in der Wüste gab es viel bessere Luft und man konnte dort auch Weisheit und eine klare Sprache erlernen im übrigen war es ein allgemeiner Brauch seine Kinder zu den Beduinen zu geben um sie dort aufwachsen zu lassen zu diesem Zweck kamen immer wieder Pflegemütter von den Beduinen in die Stadt um die Kinder der kam sie nach Makkah eine dieser Frauen hieß Halima und sie erzählte ihre Geschichte wie folgt in dem Jahr als ich mit meinem Mann und den anderen Frauen meines Stammes nach Makkah ging um Pflegekinder zu bekommen litten wir unter einer schweren Dürre wir hatten kaum noch etwas zum Leben bis auf unsere Eselin und unsere Kamelstute die jedoch keinen Tropfen Milch mehr gab unser Kind weinte häufig vor Hunger und wir wussten nicht womit wir seinen Hunger stillen konnten wir hofften inständig in Makkah ein Pflegekind zu bekommen für dessen Versorgung wir von den Eltern einen Lohn erwarteten als wir endlich dort ankamen waren aber die meisten Kinder schon vergeben da wir erst sehr spät eintrafen wir trafen auf die junge Amina die noch keine Amme für ihren kleinen Mohammed gefunden hatte da ihr Mann Abdullaya verstorben war verfügte sie nur über wenig Besitz so dass die Beduinen Frauen von ihr nicht viel erwarteten deshalb nahmen sie lieber die Kinder von wohlhabenden Eltern Auch mein Mann und ich wollten den Kleinen aus diesem Grunde eigentlich nicht haben aber er war das einzige Kind was übrig war und wir wollten doch nicht ohne Kind wieder zurück in die Wüste gehen also einigen wir uns mit Amina darüber dass wir ihren Sohn Mohammed mit uns nehmen würden als wir dann eine Weile mit ihm unterwegs waren legte ich ihn an meine Brust um ihn zu stillen ich hatte nur wenig Hoffnung dass ich genug Milch für ihn hätte denn schon seit einigen Tagen konnte ich mein eigenes Kind kaum satt kriegen doch als ich ihn an meine Brust gelegt hatte begann er zu trinken und trank so lange bis er völlig gesättigt war anschließend legte ich noch meinen eigenen Sohn an die Brust und er wurde ebenfalls satt als die Nacht hereinbrach schlief die beiden Kinder zufrieden ein worüber wir sehr erleichtert waren mein Mann ging zu unserer Kamelstute um zu schauen ob sie nicht vielleicht auch ein bisschen Milch für uns geben würde da wir sehr hungrig waren als er zurück kam hatte er so viel Milch bei sich dass es für uns beide reichte da wussten wir dass wir einen gesegneten Knaben bei uns aufgenommen fortan fanden wir genug Nahrung und führten ein glückliches Leben Mohammed wuchs schnell heran und war ein überaus kräftiges Kind als er zwei Jahre alt wurde brachten wir ihn wie vereinbart nach Makkah zurück doch am liebsten hätten wir ihn weiterhin bei uns behalten deshalb baten wir seine Mutter Amina den Jungen noch eine Weile bei uns zu lassen da zu dieser Zeit in Makkah die Pest herrschte willigte sie schweren Herzens ein aus Angst er könnte daran erkranken und sterben glücklich nahmen wir ihn wieder mit in die Wüste einige Monate nach unserer Rückkehr spielte Mohammed mit seinem Milchbruder wie gewohnt hinter unseren Zelten plötzlich kam unser Sohn angelaufen und schrie komm schnell zwei Männer in weißen Gewändern sind gekommen und haben Mohammed gepackt so schnell wir konnten liefen wir hinter die Zelte wo wir auf den kleinen Mohammed trafen der mit ganz bleichem Gesicht dastand was ist mit dir geschehen Kind fragten wir ihn hastig da begann der kleine Junge zu erzählen zwei Männer in weißen Gewändern kamen legten mich zu Boden und öffneten meine Brust dann suchten sie etwas darin wir konnten kaum glauben was er uns da erzählte doch so oft wir die Kinder danach befragten wiederholten sie diese Geschichte meine Familie war über dieses Ereignis sehr erschrocken sie fürchteten dass unser Pflegekind von einem bösen Geist befallen sein könnte so befahlen sie mir das Kind zu seiner Mutter zurück zu bringen bevor es noch zu einem Unglück käme als ich den kleinen Mohammed zu seiner Mutter zurück brachte wunderte sich diese sehr und sprach du wolltest ihn doch so gerne noch behalten warum bringst du ihn mir nun schon früher als verabredet da ich ihr nicht sagen wollte was vorgefallen war sagte ich o Amina ich fürchte es könnte ihm bei uns vielleicht nicht mehr wohl ergehen doch sie glaubte mir nicht und wollte unbedingt wissen warum ich ihn wirklich zurück brachte da erzählte ich ihr die ganze Geschichte und dass wir befürchteten es könnte ihn ein böser Geist befallen haben Amina hörte aufmerksam zu und beruhigte mich schließlich indem sie sprach nein bei Allah kein böser Geist kann diesem Jungen etwas anhaben große Dinge warten auf ihn soll ich dir davon berichten ich nickte und da begann Amina zu erzählen welche schönen Vorzeichen sich für Muhammad schon vor seiner Geburt ereigneten da war ich schließlich beruhigt ich bedankte mich bei Amina für die schöne Zeit die ich mit dem Jungen verbringen durfte und verabschiedete mich von den beiden dann machte ich mich auf den Rückweg und ließ Mutter und Kind in Liebe vereint zurück dies meine lieben kleinen Geschwister war der Bericht von Halima der Amme des Propheten sallallahu alaihi wasallam Amina und ihr Sohn Muhammad waren nun überglücklich wieder begann Muhammad seine Familie kennenzulernen von der er sehr geliebt und herzlich aufgenommen wurde vor allem seinen Onkel Hamza und seine Tante Sophia die etwa im gleichen Alter waren mochte er besonders und die drei wurden unzertrennliche Kameraden so durchlebte er in Makkah eine glückliche Zeit als der kleine Muhammad etwa sechs Jahre alt war beschloss seine Mutter Amina mit ihm zusammen nach Madina zu reisen um das Grab seines Vaters Abdullah ihres verstorbenen Mannes zu besuchen zusammen mit ihrer Dienerin Barakah schlossen sie sich einer Karawane an Barakah ritt zusammen mit dem Jungen auf einem Kamel während Amina auf einem anderen ritt auf diese Weise legten sie die gewaltige Strecke von fast 500 Kilometern zurück bis sie endlich Madina erreichten als sie dort angekommen waren besuchten sie zunächst das Grab von Abdullah so wie sie es beschlossen hatten Amina erzählte ihrem Sohn viele Geschichten über seinen Vater damit er ihn auf diese Weise zumindest ein bisschen kennenlernen konnte nach ungefähr einem Monat Aufenthalt in Madina brachen sie wieder auf um nach Makkah zurück zu kehren unterwegs jedoch wurde Amina krank bis nach Makkah hatten sie noch einen weiten Weg vor sich und Aminas Zustand verschlechterte sich immer mehr so passierte es dass sie bei einer Ortschaft zwischen Madina und Makkah verstarb weinen schloss der kleine Mohammed sie in seine Arme während Barakah die Dienerin ihr möglichst tat den Jungen zu trösten voller Trauer begruben sie Amina in der Ortschaft wo sie gestorben war und zogen schweren Herzens weiter nach Makkah Mohammed war nun also im Alter von sechs Jahren zum Waisenkind geworden beide Eltern Vater und Mutter waren ihm gestorben und die Trauer darüber lastete schwer auf seinem kleinen Herzen nachdem sie nach Makkah zurückgekehrt waren kam Mohammed in die Obhut seines Großvaters Abdul Muttalib dieser liebte den Jungen so sehr wie seine eigenen Kinder und vielleicht sogar noch mehr oftmals saßen sie in der Nähe der Kaaba zusammen auf dem gleichen Lager keiner der Söhne Abdul Muttalibs durfte es wagen auf diesem Lager Platz zu nehmen aber Mohammed durfte es obwohl er noch ein kleiner Junge war als seine Onkel es ihm verbieten wollten sagte Abdul Muttalib lasst meinen Jungen in Ruhe bei Allah große Dinge warten auf ihn Mohammed liebte seinen Großvater sehr und war glücklich bei ihm doch als er gerade acht Jahre alt war zwei Jahre nach dem Tod seiner Mutter war auch die Zeit Abdul Muttalibs gekommen auf dem Sterbebett vertraute er den Jungen seinem Sohn Abdul Muttalib an und er mahnte ihn immer gut auf ihn zu achten und ihn immer zu beschützen als er schließlich starb saß Mohammed an seinem Bett und weinte bitterlich abgesehen von seinem Vater war dies nun schon die zweite Person die er so sehr liebte und deren Tod er nun verkraften musste für Abu Talib war der Tod seines Vaters Abdul Muttalib auch ein großer Verlust dennoch gab er sich alle Mühe seinen Neffen Mohammed zu trösten und kümmerte sich rührend um ihn auch er liebte den Jungen Innig und seine Frau Fatima wurde für ihn schon bald wie eine zweite Mutter Abu Talib war recht arm und so versuchte Mohammed sich schon bald selbst zu versorgen er war sehr fleißig und hilfsbereit und begann für einen kleinen Lohn Schafe und Ziegen zu hüten als er zwölf Jahre alt wurde bat er Abu Talib darum ihn auf eine Handelsreise nach Syrien begleiten zu dürfen Abu Talib erlaubte es ihm und so schlossen sie sich einer Karawane an als sie nach Bosra in Syrien kamen machten sie in der Nähe eines kleinen Klosters Rast in dem Kloster lebten christliche Mönche die über viele alte Schriften verfügten in einem dieser Bücher stand etwas über einen Propheten der unter den Arabern erscheinen würde gerade zu der Zeit als die Karawane aus Makkah in Bosra eintraf lebte in dem Kloster ein Mönch namens Bahira dieser kannte das Buch sehr genau und wartete schon seit langer Zeit sehnsüchtig auf die Ankunft des darin beschriebenen Propheten viele Male hatte er die Reisenden aus Makkah ankommen sehen doch dieses Mal fiel ihm etwas Besonderes auf er sah nämlich wie eine Wolke die Gruppe beschirmte so dass sie immer im Schatten wanderte Bahira trat aus seinem Kloster heraus auf die Reisenden zu und lud sie ein oh Quraysh ich möchte dass ihr alle zum Essen kommt egal ob jung oder alt ob Diener oder freier Mann die Quraysh wunderten sich denn so viele Male waren sie schon nach Bosra gekommen doch niemals zuvor hatte Bahira sie eingeladen natürlich nahmen sie die Einladung dankbar an denn sie hatten eine anstrengende Reise hinter sich Bahira freute sich denn er wollte herausfinden ob sich unter diesen Leuten vielleicht der erwartete Prophet befand so traten die Quraysh in das Kloster ein nur Muhammad blieb bei ihren Sachen zurück um diese zu bewachen schon damals war er für seine Ehrlichkeit unter seinen Leuten bekannt Bahira musterte seine Gäste aufmerksam und versuchte bei ihm die Merkmale des Propheten zu erkennen welche er aus dem Buch kannte doch nachdem er jeden einzelnen Gast aufmerksam betrachtet hatte musste er feststellen dass keiner von ihnen die Kennzeichen des neuen Propheten an sich hatte waren vielleicht doch nicht alle gekommen noch einmal rief er nicht ein einziger von euch Männern soll zurückbleiben vielmehr sollt ihr alle an diesem Male teilhaben da sprachen die Quraysh nur ein kleiner Knabe von uns ist bei unseren Sachen geblieben oh nein auch er ist eingeladen denn er gehört ja zu euch sprach Bahira da holten sie Muhammad dazu und saßen nun gemeinsam sogleich begann Bahira den Knaben zu studieren um festzustellen ob dieser die Kennzeichen des neuen Propheten trug welche er in den alten Schriften gelesen hatte als sie mit dem Essen fertig waren trat Bahira an ihn heran und sagte oh Knabe ich bitte dich bei Allah mir meine Fragen zu beantworten Mohammed hatte nichts dagegen und so begann der Mönch ihn über seine Träume seine Körpermerkmale und andere Dinge zu befragen alles was der Junge sagte stimmte mit den Beschreibungen aus dem Buch überein anschließend schaute er sich den Rücken des Jungen an und entdeckte zwischen seinen Schultern das Siegel des Prophetentums ein kleines ovales Muttermal nun hatte Bahira keinen Zweifel mehr daran dass der letzte Prophet Allahs erschienen war als er Muhammad zu seinem Onkel Abu Talib zurückbrachte fragte er diesen in welcher verwandtschaftlichen Beziehung er zu dem Jungen stand er ist mein Sohn antwortete Abu Talib fälschlicherweise das ist unmöglich antwortete Bahira denn sein Vater dürfte nicht mehr am Leben sein nein, bei Allah er ist mein Neffe der Sohn meines Bruders gab Abu Talib nun zurück und was ist mit seinem Vater geschehen? fragte Bahira er ist leider gestorben noch bevor der Junge zur Welt kam sagte Abu Talib nun hast du die Wahrheit gesprochen sagte Bahira bring den Jungen in seine Heimat zurück und beschütze ihn vor den Juden denn wenn die Juden über ihn wüssten was ich über ihn weiß dann würden sie ihm Schlimmes antun wahrlich große Dinge warten auf deinen Neffen so bringe ihn schnell zurück nachdem Abu Talib seine Geschäfte in Syrien erledigt hatte eilte er mit Muhammad nach Mekka zurück Muhammad wuchs heran und wurde langsam ein Jugendlicher bald war er unter seinem Volk für seinen edlen Charakter bekannt er war sehr treu und immer freundlich niemand war ehrlicher und vertrauenswürdiger als er die Quraysh nannten ihn sogar Al-Amin der Vertrauenswürdige und bewahrten ihre Wertsachen bei ihm auf sie vertrauten ihm ihre Waren an welche er mit den Handelskarawanen ins Ausland brachte zu dieser Zeit lebte auch eine reiche Kaufmannswitwe in Mekka ihr Name war Khadija und ihr waren bereits zwei Ehemänner verstorben sie hatte schon einige Berichte über die Ehrlichkeit und den vornehmen Charakter Muhammads gehört so dass sie begann sich für ihn zu interessieren sie bot ihm an ihre Handelskarawane nach Syrien zu bringen Mohammed war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt Khadija bezahlte ihn äußerst großzügig und gab ihm sogar einen Diener namens Maisara mit auf die Reise als die beiden mit der Karawane in Syrien ankamen setzte sich Mohammed unter einen Baum um sich auszuruhen nicht weit entfernt lag ein Kloster das einem Mönch namens Nestor gehörte Nestor wandte sich an Maisara den Diener und fragte ihn wer ist dein Gefährte der dort unter dem Baum sitzt? er gehört zum Stamm der Quraysh zu den Hütern der Kaaba antwortete Maisara Nestor sagte ihm dass bisher nur Propheten unter diesem Baum gesessen haben Maisara war verwundert über die Worte des Mönches er hatte schon gemerkt dass Mohammed ein ganz besonderer Mensch war die Art und Weise wie er mit ihm und auch mit anderen Menschen umging war so voller Güte und Liebenswürdigkeit als sie von der Reise zurückkam welche sehr erfolgreich verlief erzählte Maisara seiner Dienstherrin Khadija über seine Erlebnisse mit Mohammed O Khadija sprach er zu ihr du hast mich mit ihm geschickt damit ich ihm diene aber in Wirklichkeit hat er mir gedient er pflegte mich wenn ich krank war und er tröstete mich wenn ich traurig war Maisara erzählte ihr auch von der Äußerung des Mönches Nestor Khadija schickte nun Maisara ihren Diener zu Mohammed und bat ihn zu ihr zu kommen als Mohammed bei ihr erschien sprach sie zu ihm ich interessiere mich für dich aufgrund deiner Ehrlichkeit und der Schönheit deines edlen Charakters so nimm mich also zu deiner Ehefrau wenn du möchtest Mohammed willigte ein und machte sich sogleich auf zu seinen Onkeln er erzählte ihnen von seinem Vorhaben und sein Onkel Hamza hielt bei Khadijas Familie um ihre Hand an alle Verwandten waren einverstanden und freuten sich auf die Hochzeit als Brautgabe schenkte Mohammed seiner Ehefrau 20 junge Kamele so verließ der junge Bräutigam also das Haus seines Onkels und zog zu seiner Frau sie führten fortan eine sehr glückliche Ehe und gründeten eine große Familie ihr erstes Kind hieß Kasim doch der Knabe verstarb im Alter von zwei Jahren danach bekamen sie vier Töchter sie hießen Zainab, Ruqayya, Umkulthum und Fatima das letzte Kind war wieder ein Junge der aber ebenfalls verstarb Mohammed liebte alle seine Kinder sehr zu den vier Töchtern gesellte sich noch Baraka hinzu sie war eine schwarze Sklavin die Mohammed freigekauft hatte auch Ali Abu Talibs Sohn lebte bei ihnen weil Abu Talib zu arm war alle seine Kinder zu versorgen Mohammed und Khadija hingegen ging es sehr gut da sie auch weiterhin fleißig Handel trieben und dadurch zu einigem Reichtum kamen so meine lieben kleinen Geschwister das war es aber für heute beim nächsten Mal erzählen wir die Geschichte inshallah weiter ich wünsche euch bis dahin alles Gute möge Allah subhanahu wa ta'ala euch behüten und immer auf dem rechten Weg führen Amin wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wenn dir schon wieder was das war warahmatullahi wabarakatuh mit dem rechten Weg so mit dem rechten Weg wiederhentrig nah äh Untertitelung des ZDF, 2020